die Liedsendenten dann willkommen zu seiner weiteren Runde Vizepizzen für die Tiefel mit der Räder Heide Dödel und der Zweite Dödel mit der Räder so weiter und der Städte 2 ein wunderschönen Hallo guten Abend es hat mich nicht mit Dödel angesprochen gefühlt es tut mir leid ich mich auch nicht du musst dich damit angesprochen fühlen aber es hat auch eigentlich noch von mir gesprochen nicht von dir Klaus also ok und nein Sora das war keine Einladung an dich mich jetzt ab sofort Dödel zu nennen Prozent ich jetzt überlegen mit der Sparte da gibt es nicht mehr zu überlegen Dödel Dödel so Prozent des Erwachsenen 9 Uhr und fast die Zeit bei euch sitzen und die Vorschläge haben dann machen wir das Ritual und ich bin gerade bei meinem Reaktor zu füllen mit Kryo Tee um das auch ne das auch ne ja genau ich sollte natürlich auch so ein Tesserwerk Trance natürlich auch fertige machen ich dritte ja solltest du das ist jetzt Quatsch ja so ähm da kommt der hin und so der müsste dann nimmst du schon mal jawohl die Spinn ist auch schon wieder geil auf mich also da würde ich mehr Sorgen drum machen oh ne das ist normal bei mir ich hab da so ein Fetisch oh ich will es gar nicht wissen ok und dann jetzt die ersten Zepplinge rein das ähm oh jawohl bei mir werden Nektarinen Zepplinge angepflanzt du hast auch ne? ja also bei mir gibt es aber jede Menge leckeres Nektarinen Obst gefixt das ist erstmal du hast ja auch ne ich war grad ernsthaft mit mir überlegen ob Nektarinen Früchte oder Gemüse ist ähm weder noch weder noch das ist äh Fall Obst alles klar ähm 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 kann ich wenigstens mal eine Mäse die man muss lernen das war nicht wirklich viel aber das ist schon mal was so jetzt kann ich die wegen sich mal weg ähm also dieses Long stellt mich jetzt schon lange dass wir hier sehen aus ah ja und sonst so? ja läuft alles ja es wird langsam ja es wird langsam ja ok die läuft hier jetzt an sehr schön haben wir gerade Tag oder Nacht? äh wir haben Tag ach verdammt ja Tag ja dann nehm ich mir grad mal ein Zischli dann machen wir gerade Nacht ne ja mach euch ja wie du meinst äh ne Karl opfer ich nicht äh was hab ich noch gebraucht ähm ahja das war ja noch ein Enchantment wow ist das Spannend hier verdammt das doch hast du etwas gegen meinen Kommentar wie? ne 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 äh wie gesagt ich bin hier gerade äh dabei Kryotheum und sowas ok alles klar ja ja aber ich brauche noch ein bisschen mehr das merke ich grad was hab ich denn da noch drin ne 40.000 ne ein bisschen wenig äh wo hab ich jetzt meinen Hämmer da hab ich genug ok 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 wo haben wir den nächsten der nächste Feed hier ist ein 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 Schwein ok 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 gut dann machen wir jetzt mal einen Tag mit einer kleinen Maschine noch die gekraftet hatte natürlich auch wieder von welchen Mod ja ja stimmt ja genau das geht jetzt erstmal so weißt du was das test ich jetzt mal Klaus ja das test ich jetzt mal mit einem Soundmuffler ok das interessiert mich jetzt mal ja mach ruhig mal also das ist der Sundile wenn das ein Wetschernsignal kriegt wird es jetzt mal lauter und lauter und floben und doch es wird leiser echt krass ja ich höre jetzt nichts mehr ich höre die ganze Zeit nichts das sieht ja mal krass aus der Himmel ha ha ich mach zurück auf Mitternacht na komm mal rausgehen gucken so so ah Mitternacht cool performance sacrifice und alter das hat gedonnert da das ist das ist doch nun das wurde den der die die aus dem auf du Oh, es regnet. So, äh, ich bin jetzt am besten. Äh, ehrlich, hier nicht weg. Was? Wo? Wie? Warum? Ja, hier ist noch jemand Kursdurft. Ich muss, wenn einer mal Kursdurft will, ich hab jetzt keine mehr. Ich bin gerade am Vernichten. Und, willst du was nochmal? Kannst du mir mal einen Block geben? Äh, Moment, ich muss kurz meinen Hammer raus. Aber warte, ich hab ja noch den Ex-Kellweckler vom lieben Street. Oh, nee, das nicht. So, 10. Jetzt geht's hier weiter. Ja, ist ja gut, du scheiß Vieh. Okay. So, alles klar, das mache ich dann gleich wieder ganz. Mhm. Äh, ja, ich mache hier wenigstens das mal so schön. Okay, ich hatte schon mal ein aktiviertes Siegel bei mir. Oh, das ist sehr gut. Jo. Ich hätte da auch gleich einen Auftrag für dich. Warten? Ich hätte gerne Bilder swarmed. Äh, weißt du, das, 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 das Werkzeug von Tine Wittler. Ja, 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 das Zuitianische Haupt, äh, Kulturwerkzeug. Richtig. Oh, wie geil ist das denn? Ein Crafting Table. Oh. Ein Bilderswand wurde einfach nur gemacht mit, ja, okay. Ja, Obsidian und die Unstable Ingles. Zwei Stück. Ich werde auch mal schauen, dass ich für dich irgendwann mal den Superbuilderswand mache. Oh ja, das wäre natürlich auch geil. Ja, deshalb brauche ich aber jetzt mal dieses richtig extrem teure Ritual. Das habe ich auf jeden Fall... Okay, ich brauche auf jeden Fall einen Obsidian. Okay, ich brauche das. Und ich muss noch eine Fabric Sword craften, das war auch mit einem Obsidian. Alles klar, ich mache mal gerade Kaboom. Ah, Mist, klar. Sag mal, haben wir eigentlich kein Floodgate oder sowas da? Damit willst du eigentlich... Ach, wir haben es da. Das Floodgate, cool. Das mache ich jetzt mal schnell. Es regnet. Ausguss, ja. Klaus. Ja. Auftrag ist geschafft. Ja, geil. Ach, guck mal hier. Habt du Casings? Ja, die sind von mir. Ah, danke. Du bist, ähm... bei deinem Rektor aus? Nee, ich bin gerade im Lager. Wollten wir jetzt gerade mal noch so ein, ähm... Floodgate bauen. Ah, meine, die vier sind noch da. Der war noch so viel. Sehr schön. Vielen Dank. Oh, geil. Ich bin so glücklich. Hat ja eigentlich Durability, nee, ne? Ich glaube nicht. Nein, nein, der hat keiner. Ja. Also meine Zuschauer müssten gerade sehen, was ich wieder vorhabe. Ja, also meine werden ein bisschen verwundet sein, was ich jetzt hier so fabriziere. Hallo, Klaus. Schau mich mal an. Oh, nee. Geh weg. Und, wie geht's dir so? Ja, mir geht's gut. Hey. Ich weiß, ich bin nur noch... Warum nehmen die dich, aber mich nicht? Ich glaube, weil ich die hergestellt habe. Weil ich die geschafft habe. Ja, und? Ich meine, du kennst das ja bald. Die Kleinen wollen immer zum Papa. Ich vergrabe mal kurz. Hm. Schade. Die wollen nicht zu mir. Hm. Ja. Hallo, geh mal weg hier. Noch ein Tipp, einfach mal wieder zu duschen. Könnte auch dran liegen. Mhm. Ja, das hat er ja jetzt gesagt. Ja, ich warte nur noch gerade darauf, dass eine wundervolle Nachricht im Chat kommt. Okay. Und die wäre? Ja, du musstest du doch eins noch kennen. Hm, dann musst du doch eigentlich nicht. Ja, nee. Ja, genau. Fast. Äh, du musst dann bald wiederkommen. Da. Ah. The greatest peak fritzes was. Nicht mehr ins Meer. Das ist gefällt. Das kann eigentlich nicht sein. Ja, anscheinend doch, ne? Nein, ich hab mir jetzt immer nur durchgelesen. Das kann nicht fehlen. Das kann man jetzt mal nicht fehlen. Da hat das schon jemand gemacht. Sora, hast du das, äh, Ritual of Kikoko gemacht? Äh, nicht dass ich wüsste. Ist das ein Witz, oder? Was? Dass du ihn fragst, ob er das gemacht hat. Ja, bei dir kann ich mir kaum vorstellen, dass du das gemacht hast. Warte mal, weißt du, was ich glaube? Hm? Das kann sein, ja. Wir haben ja die kompletten Daten und sowas mit drüber. Boah, nein. Und damit ist das Kikoko für mich gesperrt. Äh? Äh, es tut mir leid. Ja, hast du hier noch ne Jokebox rumstehen? Äh, nee. Äh, dann check mal, wenn wir zu Hause hab ich eine hab. Das ist fast. So, okay. Das nervt mich jetzt richtig gerade. Bin da. Man, tut mir leid, Freunde. Ich wollte jetzt mal das Ritual of Kikoko machen, aber, ne. Äh. Das. Ja, er macht's. Sehr schön. Das geht jetzt auch nicht. Wie heißt die nochmal? Der eine Block, Moment mal. Ach, ich bekwaff das jetzt einfach. Äh, Diabon. Jukebox, das Wort. Jetzt bin ich bloß mal gespannt, ob ihr hier alles vollkriegt. Auf jeden Fall habt ihr eine neue Schallplatte. Rick Astley. Never gonna give you up. Okay. Oh mein Gott. Was für ein altes Lied ist. Ey, die heißt sogar wirklich so. Ich komm bei dir extra nochmal vorbei, um dir das zu zeigen. Weißt du? Das ist ja... Immer im Reaktorhaus. Oder willst du dich doch verarschen, ne? Nee. Erst geh ich zum Reaktor, wenn du nicht da bist, bist du zum Lager. Jetzt geh ich zum Lager, bist du zum Reaktor. Ja. Hier. Schau es dir an. In deinem Inventar. Ach so. Awesome music to exercise 2. The greatest gift a pretty fairy could ask for. Where you're expecting something else. Never gonna give you up. Oh Gott. Boah. Ich würde nicht zingern. Gonna let you ne-ver-da-un oder so ähnlich. Ich bin ehrlich, ich kenne die Ticks nicht. Oh, wie ist denn das? Da nicht. So, wo haben wir denn jetzt überall schon das Grün-Ozeum? Okay, ich habe total Punkt. Gibt mir hier so schlecht, weil... Weil er rausgeschaltet ist. Warte mal, weil er... Pickets. Dann crafte ich noch ein paar Soda-Panels. Da ist... Da ist noch nicht. Dann brauch ich nochmal von denen ein paar. Da ist... Da ist... Und dann brauch ich noch die Glas-Panels. Da, 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 da. Boah, das ärgert mich jetzt echt extrem richtig mit dem Rintual. Ja. Weil normalerweise bin ja immer nur ich, der diesen Titel in Anspruch nehmen möchte. Mhm. Ah, hier ist... Hier ist doch... Hier ist er nicht. Ah, okay. Ach, Götzchen. Boah, ich glaube, ich nehme, ich habe auch noch dieser voll geschlafen. Mir tut so extrem der Nacken weh gerade. Was denn? Hm? Und was denn? Ich habe keine Ahnung. So, wie viel haben wir da jetzt noch drin? Äh, ja, kommt jetzt auch noch ein bisschen. So, da haben wir wieder ein paar. Oh, da haben wir noch Flutlicht. Ist auch geil. Immersive Engineering. Ja, Steel Nuggets wieder kwarf. Das Terrain flottet. Cavern Dimlet. Okay. This affects the type of terrain that you will get in a dimension. This dimlet can receive liquid and material modifiers which have to come in front of the terrain. Thank you the terrain, oh my god. Okay, das kann ich jetzt auch mal machen. Ja, klar. Mach doch, mach doch. Ja, mach doch. Mach doch. Mach doch, was ich noch. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Okay, dann machen wir so an einen Dimlet-Researcher. Oh, das ist das Kabel, okay. Dimlet-Filter, Dimlet-Researcher. Oh, das ist jetzt das erste Mal, dass ich einen Western-Comparator baue. Weißt du was? Den Western-Comparator baue in diesem Projekt. Okay. Ein Dimlet-Researcher. Das war wieder zu stark auf die linkstrasse gehemmert. Gut. Oh. Nein. Mal schauen, was man da so geiles rauskriegt. Bayer im Outback Dimlet. Dr. Dimlet. Ja, schön. Mercedes-Benz Puer Gold Ohr. Bayer im Hell Dimlet. Feature Non Dimlet. Mob Blitz Dimlet. Das ist... Das könnte ganz schön geil sein. Der war gut. Der war richtig gut. Was? Ich habe einen Block dahin gesetzt, wo ich eigentlich noch was kabelartiges hinsetzen wollte. Okay. Oh, du, Mann. Du bist eigentlich fast nur Kacke rausgekommen. Nein. Wie sieht das hier aus? So, machen wir es einfach so. Komm. Nehmen wir mal was bauen, oder? Okay. So, was haben wir da jetzt wieder drin? Hinsetzen. Nehmen wir noch. Ich pack jetzt. Das sollte eigentlich jetzt reichen. ja das ist sehr gut aus halt 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 ist fertig jetzt gegen die vorwärts gefahren reihe für reihe ab oder ja jetzt eigentlich ja und das war ein bisschen so viel weiß ich mache es jetzt einfach ich fang jetzt mit dem energie-energie-speicher an ja versuch's viel Glück dabei ja machst du es auch ja sehr gut ja ist das schön ja ha oder soll ich nein doch geht ja bitte ich würde so machen ich würde dann gerne ich würde Sicherheit gerne haben sicherheit wenn wir jetzt einmal die Game Rule so umändern würden dass ich ähm dass wir unsere Items fallen wenn wir sterben würde ich mal versuchen eine Chaos Guardian zu besiegen ähm ja ok ich bin einverstanden kriege ich von euch das Go? ja mach ruhig alles klar Game Rule Keep Inventory ja du müsste jetzt sein ich das einfach mal ich ja 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 das ist weg so ja lol ok meine ganze Energie von der Reform ist alle ja sauber du aber wohl was der zu bringen es geht schneller als ich habe einen verlust von 200.000 life pro tic ich habe ein bisschen angst gerade davor wir können alles stecken solltest du auch ja also was ich so gesehen habe ist der verdammt schnell also kurze erklärung was ich mache das dient einfach dazu dass ich es gerne optisch schön habe langweilig und sie nicht nötige wasserflächen haben möchte also der sagt ruhe auf den billigen plätzen reden aber trotzdem weiter ich habe auch keine ahnung was er da machen ist also ich glaube da braucht eine gewisse person einen freizud oder deutsch ja du willst dann wieder sterben liegen können um also ganz gesagt ich tue das Facts hier so optimieren und deswegen die Sprinkelanlagen wo ist das jetzt eigentlich schon ein bisschen weiter ok so ok ich fliege dann jetzt mal Robert zum Chaos Guardian ja viel Spaß ich habe ich verdankt Angst gerade auch wenn ich dann schon die bestmögliche Rüstung habe also meine damen und herren es könnte jetzt echt sein dass ich draufgehe aber man wird schon werden kurze Info was der Chaos Guardian ist das ist ein Drache das ist der große Bruder vom Ender Drache großer Bruder ja ja da ich den kleinen Bruder ein paar mal getötet habe könnte der jetzt ein bisschen angepisst auf mich sein was warum warum will ich auch nicht so vom Thema legt sich nicht mit La Familia an na so ok so und zwar der Chaos Guardian findet man genau an mehreren Stellen im End und zwar bei x10.000, 20.000, 30.000 also bei jeder 10.000er Koordinate ich bin schon mal bei 3.000 angekommen Leute ist es gut boah leck mich am Arsch leck mich am Arsch hab ich Angst sagen Gruß Jojo ich hätte mir noch so einen OP Gold Apfel mitnehmen sollen ja ich glaube ich mach mir nochmal so einen Portpunkt da und port mich mal zurück jetzt wird es aber auch entschieden ja hey ich meine über mein eigenes Teitel zurück porten nicht nur über TP das ist lame aha ach so ja ok ach halt die Schnauze doch aber dir wollte ich noch ein Souvenir machen ich darf das Schaf nicht töten sonst kriege ich wieder Ärger so was haben wir denn noch auf der Uhr 8 Minuten dann könnte man eigentlich nochmal anfangen Reaktor Control oder sowas auf die Uhr 8 Minuten komme ich auf jeden Fall dahin ja so dazu brauchen wir voll GNDs die verdammte Bitch was die Hexe hier ach so ich hab eben was anderes verstanden Mensch Junge sag doch sowas nicht ich kann mich schon vorstellen was du gesagt hast ja gedacht hast natürlich er hat es ja auch gesagt hier der Sack ja was hast du gesagt also bitte hey jetzt riecht dich aber nicht hier raus ja es kann sein dass es ein bisschen leckt ne ja ja computer hallo computer kann auch generell von meiner Seite aus dem Denken weil ich ja das Entame erstellen bin ja ja genau deswegen meine ich ja also ich dachte wegen dir nö nö weil ich meine Computer kraft habe was wir machen bis auf dich nö 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 답geber nin wundsalter da sind die Renten erstmal 고� qubit aber genau wenn ich fünf appar dieses 까f da steht was soll ich bedeutet und für mich BB pick oder wenn das sie Interessanteste Mathe-Stunde, die ich je hatte in meinem Leben. Wir hatten unseren Mathelehrer mal so aufgefordert, so eine ganze Stunde lang nur schweinliche Sprüche rein zu hauen, wenn es geht. Der hat sich am Ende der Stunde einfach nur auf den Kopf gelacht und meinte so, ja komm jetzt gegen Ende der Stunde muss ich auch mal raus raushauen. Das erzählt er aber bitte nicht dem Lehrerkollegium, ne? Das ist echt so richtig fies, das kann ich eigentlich nicht raushauen. Wir sagen nur, ja komm jetzt hauen sie raus, wir erzählen schon nichts. Und was hat er raus? Los, gehen Italien! Wow! Uiuiuiuiuiui! Das war ja, also mein Liebermann, das war ja richtig schlimm. Aber wir sitzen da nur so... Boah, Alter, ist das am lecken hier! Ja, ich glaube nur noch 2000 Blöcke. Aha. 1900, 1800. Ich habe immer mehr Angst. Ja, und ich habe immer weniger Gold. Was? Ich muss gleich mal meine Wühneln wechseln, bevor ich da reingehe. Ich habe Angst und dann muss man auf die Toilette. Jetzt habe ich nur noch Angst. Ah, jetzt funktioniert er wieder. Wegen dir habe ich gerade vier Herzen verloren. Habe ich doch gerne gemacht. Ja, ja. Hey komm, du siehst gleich, wie ich wahrscheinlich mehr Herzen verlieren werde. Oh ja. Ey. Wo ist mein Brot hin? Ich wollte eben Brot essen und bin irgendwie an der Kiste vorbeigelaufen und das Brot ist weg. Nein! Was ist das Drecksack? Ja, ey. Kommst du denn nicht? Da ist es! Alter! Willst du mich? Okay. Mann ey! Gibt es Brot hier? Die letzten 500 Meter. Gott! Ist ja furchtbar. Ich weiß, dass ich furchtbar bin. Ja. Ich bin einfach schon auf der Suizid-Motion. Geh mal weg hier. Mensch. Ich habe den Dosh überall hier. Okay. Und ich über die Suizid-Motion. Ja, dann erstmal viel Good Luck, ne? Ja. Good Luck. Wenn das jetzt hier überhaupt das ist. Wir sehen hier so ein paar bisschen Endstone rumfliegen. Ähm. Es generiert gerade nichts mehr. Ja, es hat vielleicht... Chaos Guardian. Ähm. Ich mach dann mal den hier. Add new. Chaos. Komm mit. Okay. Ich habe mich mal zurückgeportet. Ich will mich mal ordentlich vorbereiten. Zum Glück bin ich ganz und gar nicht ein Schisser. Alter. Das war schon eine Hard-Tot-Erfahrung, als ich es da auch gesehen habe. Sag mal. Legt sich das selber auch irgendwann mal wieder ein? Ähm. Ja. Mhm. Time-out. Ich bin noch drauf. Ihr mit eurem Loop-Internet. Ja, 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 ja. Ich mit meinem Premium-WLAN-Sack wird ja sowas nicht passieren, ne? Ach. Ehrlich nicht. So. Boah. Jetzt geht's wieder. So. Jetzt müsste ich ja hoffentlich alles abgedeckt haben. Ja. Bist du sicher? Drei. Moda. Komm mal. Da. Ja. Okay, ich habe jetzt vier Regeneration-Tränke dabei. Ich habe jetzt einen OP-Gold-Apfel und 21 normale Gold-Apfel. Oh. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, das mache ich jetzt aber nicht mehr in dieser Folge. Weil in fünf Minuten, oder jetzt in drei Minuten kriege ich hier nicht hin. Probier's doch einfach. Äh, ich will jetzt nochmal die Zeit nutzen. Ich bin wahrscheinlich jetzt ein bisschen früher die Folge, weil dann gehe ich mal kurz aufs vorher aufs Klo, weil ich merke schon, dass ich echt nicht in die Hose machen würde. Ja, gut, dann mach das. Ja, gut. In dem Sinne sage ich jetzt mal bei mir, wenn ich die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Auf jeden Fall auch bei den anderen beiden. Und seid auf jeden Fall bei der nächsten Folge dabei, wenn es heißt DOSCH vs. Chaos Guardian. Tschüss. Ach, verdammt. Ich habe den... Ich habe den Computer-Port vergessen. Hast du noch was zu sagen? Nein, nein. Äh, ja. Auf jeden Fall reingucken. Ja, dann sagt doch nochmal ihr beiden Tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüssi.